Wollt ihr mal sehen, Leute? Das habe ich heimlich gemacht, off-stream. Wir gehen jetzt mal auf meinen 40er Hunter drauf. Pass mal auf. Der 40er Hunter... Der hat Loot aus dem Tempel. Level 40, by the way. Ich habe die Sense, ich habe den Bogen. 50er Bogen habe ich. Ich habe das Quest-Alm von Iranicus. Ich habe sogar schon ein Token für das Set. Kann ich aber nur nicht tragen. Doof, hör. Aber irgendwann kann ich es tragen. Coole Sache.